Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Anime Review einer Kinofilm Review Ja gut, Kinofilm ist ein bisschen schwierig Es ist eigentlich eine OVA streng genommen Aber wir reden trotzdem darüber Und zwar Zone of the Enders Und damit heiße ich euch herzlich willkommen Werte Gäste der Mesa Manga Zone of the Enders Idylo Nennt sich das Ganze Und da muss ich ein bisschen vorhaken Denn Denn Wir haben eine OVA Die 55 Minuten geht Und im Grunde ein Prequel Zu der Spielereihe darstellt Zumindest zum ersten Teil Zone of the Enders ist ein Ein Videospiel Das damals auf der Playstation 2 Zuerst rauskam Später dann nochmal für die Xbox 360 Neu gemacht wurde Beides Mal gespielt Beides Mal geliebt Es geht um Meccas Aber es geht um mehr als nur Meccas Es ist wieder dieses Ähm Wie nennt man das immer so schön Dieses Psychologische Was da auf jeden Fall noch mitspielt Das heißt Wir haben Also ich kann es mal so erklären Ähm Ähm Wie heißt es nochmal Ich habe gerade seinen Namen vergessen Kojima Kojima Ah Wie heißt es denn nochmal Kojima 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 Mir fällt es nicht ein gerade Hideo Hideo Kojima Dankeschön Liebes Gehirn Hideo Kojima Hat diese Spielereihe entworfen Ähm Son of the Enders 1 Und Son of the Enders 2 Beziehungsweise The Second Runner Und ähm Dann gab es noch ein GBA Spiel Dazu Und das war nicht von ihm Direkt Aber wurde von ihm In der In der Lore Sag ich mal Approved Dass das Ganze so In der Inhalt Stimmt Und Es dreht sich halt einfach um Eine Wie soll man sagen Also Es gibt den Mars Und es gibt die Erde Die Erde hat es irgendwann mal Mit einer Technologie geschafft In den Weltraum vorzudringen Und den Mars zu besiedeln Der Mars Hat dann sogenannte Marsianer gehabt Die im Grunde eigentlich auch nur Menschen sind Die halt eben auf dem Mars leben Trotzdem findet ein gewisser Rassismus hier nun mal statt Und Es ist natürlich unausweichlich Dass irgendwann Krieg herrscht Die dortigen Meccas Die sogenannten Levs Also LEVs Bauen auf dem Mond Ähm Wie hieß der nochmal? Deimos glaube ich? Wenn Oder auf welchem Mond Bauen die es nochmal ab? Auf irgendeinem Mond auf jeden Fall Bauen die sogenanntes Metatron ab Und Metatron Ist eine Energiequelle Also quasi wie so eine Art Erz sieht es aus Ist aber eine neue Form der Energiequelle Die Ähm Scheinbar Nicht so harmlos ist Wie man es anfangs vermutet Es werden neue Roboter Roboter gebaut Also neue Mecca Die wesentlich Flexibler sind Wesentlich stärker Wesentlich mehr Gadgets haben Und so weiter Und die nennt man Ähm Orbital Orbital Frames Und diese Orbital Frames Werden mit Metatron Gefüttert Das ist deren Energie Source Soweit mal Zur Story an sich Und in IDOLO Kriegen wir im Grunde Quasi Das Das Ursprungsmodell Von Jehuti Was später Im ersten Teil Des Spieles Vorkommt Der Film Dreht sich um Im Grunde Eigentlich um Nur einen Hauptcharakter Und zwar Radium Und Radium Ist ein Soldat Ein Soldat Bei Baram Und Baram Ja sind halt Vor allem Überwiegend Sind überwiegend Tatsächlich Glaube ich Marsianer Aber es kommen Immer mal wieder Erdlinge Sag ich mal Auch dorthin Die sich das ganze Angucken Die die Marsianer Unter Kontrolle halten Damit die Nicht auf dumme Idee Kommen Und so weiter Und Eben Dieser Radium Hat in seiner Vergangenheit Halt auch schon Viel Mist erlebt In Kombination mit Rassismus Ihm gegenüber Weil er ja ein Marsianer Ist und so weiter Und das findet auch Weiterhin Auch bei diesen In dieser Armee Stadt Man sieht auch schon In den ersten paar Minuten eigentlich Wie er Wie so Ein Deutscher Glaube ich Sogar Der Heinz Heißt er glaube ich Das kriegt man später mit Wie der Heinz Typ da Irgendwie So einen verletzten Marsianer Der gerade so rauskommt Aus dem OP-Saal Mehr oder minder Und Mal so halbwegs Wieder fit auf den Beinen Ist Mega eine rein In die Fresse Boxt Einfach weil Er ein Marsianer Ist so Einfach Punkt Und so So muss man sich Das Ganze vorstellen Also Es ist willkürlicher Rassismus Wie wir Alle Hoffentlich nicht Lieben Und Radium Ist halt Pisst Ist halt richtig Pisst Der wird aber Zusammen mit seiner Frau Dolores Woanders Hingebracht Dolores Ist quasi Eine Wissenschaftlerin Die an dem Neuen Projekt Arbeitet An dem Sogenannten Orbital Frame Und dieser Orbital Frame Hört auf den Namen Idolo Idolo Wurde es auch Wunderschön Genannt Im Deutschen Ich weiß nicht Ob das im Japanischen Auch Idolo Genannt wird Ich sag einfach mal Idolo Und Idolo Ist einfach Wie gesagt Ein sehr besonderer Mekka Nicht mehr so Diese typische Backstein Mechs Wie die Levs noch Vorher Sehr unbeweglich Und so weiter Sondern Alles im Gegenteil Einfach wesentlich Besser Und Mehr für den Krieg Geeignet Um Mehrere Gegner auf einmal Zu zerstören Also quasi Eine Totale Waffe Diese wird Entwickelt Um einfach Irgendwann mal Gegen die Erde Vorzugehen Also das heißt Die Marsianer Haben keinen Bock Mehr auf die Erde Zumindest Die Armee Und will da Auf jeden Fall Die große Totale Vernichtungswaffe Dadurch machen Wie wir alle wissen Das funktioniert Immer super Weil da kann ja Einfach nichts Schief gehen Wenn man mit Irgendwelchen Materialien Oder Dingen Rumspielt Und Gott spielt Kann ja nur Kann ja nur Positiv werden Und so ist es Dann letzten Endes Auch Dass Eidolo Durch das Metatron Eine gewisse Sage ich mal Nebenwirkung Auf unseren Hauptprotagonisten Hat Auf Radium Und was dann Passiert Das möchte ich Natürlich nicht Verraten Was ich nur Sagen kann Und ich möchte Das gar nicht Wirklich spoilern Ehrlich gesagt Das soll dann Leute Die Vor allem Die Das Spiel Gespielt haben Den ersten Teil Vor allem Auch den zweiten Sollen da Selber Da mitkriegen Weil das war So ein Moment Wo ich gedacht habe Oh geil Ist ja nice Aber das will ich Nicht verraten Das ist nämlich Das ist so ein bisschen Okay ich kann ein bisschen Ich gehe in den Spoiler-Bereich Okay Also Wer Bock hat auf Mecha Wer sich mal 55 Minuten Abschirmen kann Wer Wie gesagt Bock auf coole Action Ähm Richtig schöne Mecha-Action hat Und ähm Auch Bock hat auf Ich sag mal So ein bisschen Psycho-Drama Schaut es euch Auf jeden Fall an Es ist großartig Wirklich Wirklich großartig Hat mir sehr viel Spaß gemacht Ähm Aber ich kann Dazu auch nicht sagen Ob es daran liegt Weil ich die Spiele gespielt habe Weil da Durchaus Worte drin Wortfetzen drin Äh Vorkommen Wo man dann Wirklich sagt Hm okay Das kannst du jetzt Nicht wissen Weil du Das Spiel Nicht gespielt hast Aber das sind Wirklich nur so Kleinigkeiten Wie der Deimos-Inzident Ähm Oder dieses Uhrendings Katapult Ich weiß gerade nicht mehr Uhrenbeck-Katapult Genau Das sind Das sind so Sachen Die kann man nicht wissen Aber die werden Echt so nebenbei erwähnt Und es ist eigentlich Nichts Wichtiges Bevor ich zum Spoiler-Alert komme Noch ganz kurz Ähm Der Die OVA hat ein Sequel Tatsächlich Was eine komplette TV-Serie ist Die ich mir auf jeden Fall Gönnen werde Das sind 26 Episoden Und Das ist das Sequel Zu dieser OVA Und Meine Fresse Habe ich da Bock drauf Weil mehr Zone of the Enders geht Immer Wie ich finde Ähm Viele lieben ja Metal Gear Solid Und Mein Gott Sollen sie es lieben Es ist An sich Wirklich fantastisch Aber Ich persönlich War der Spielerei Nie so wirklich treu Weil ich einfach In Schleich So Schleichspielen Und so Absolut Schlecht bin Und auch sonst Es spielerisch einfach Nicht ansprechend fand Aber Deswegen Muss ich halt einfach sagen Hideo Kojima Hat für mich eigentlich Zone of the Enders gemacht So richtig Das ist Das ist mein Werk Wo ich Von ihm Am meisten feiere Und Ähm Vielleicht reden wir Eines Tages mal Über die Spiele Weiß es nicht Aber In erster Linie Mein Ziel ist es Auf jeden Fall Irgendwann noch Die TV-Serie zu sehen Weil Da Habe ich schon Einige Momente gehabt Wo ich Auch in der OVA Schon bemerkt habe Oh Okay Da in diese Richtung Könnte es gehen Diese Serie Also auf jeden Fall Wird es interessant Ich werde es auf jeden Fall Auf dem Schirm behalten Und ja Ihr habt hoffentlich So ein halbwegs gutes Ja Bild Von dieser OVA Wie gesagt Auch hier dürfte es Nicht zu teuer sein Und für alle Zone of the Enders Fans Die noch Dranbleiben wollen Die dürfen kurz dranbleiben Ich gehe kurz In den Spoiler Bereich Und Wir Hören uns dann gleich wieder Ich danke euch Fürs Zuhören Bis dahin Und wünsche euch noch Einen angenehmen Aufenthalt In der Maison Manga Ich bin der René Und jetzt geht es In den Spoiler Bereich So Also im Grunde Spoiler Bereich So viel Spoiler Bereich Gibt es eigentlich nicht Man kann ja mal kurz sagen Diese ganze Geschichte Am Ende Wo das Metatron Sein Den Geist von Radium Benebelt Fand ich Eigentlich ziemlich Böse Und Und aber auch ziemlich gelungen, wo er eigentlich weiß, dass Dolores tot ist und das Metatron tut quasi seine Sinne benebeln und ihn quasi weismachen, also in die Psyche eintauchen und ihm weismachen, dass Dolores noch lebt und er sie heiratet und alles drum und dran und das war wirklich eigentlich eine ziemlich gute Szene und auch das Ende, dass es halt wirklich so böse ist, dass wirklich eigentlich nahezu jeder, der einem irgendwie halbwegs sympathisch war, verreckt, so wirklich gnadenlos, also auch wo die ganzen Lefts dann auf Idolos schießen am Ende und es einfach in die Luft sprengen und du weißt ja, dass Radium drin ist und du weißt, dass die leider tote Dolores auch drin ist, das war halt schon fett, auch so vom Visuellen, das war richtig cool. Ähm, ja natürlich, ähm, was halt super ist, ist, ähm, halt so wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, es sind so Sachen, wie sie, dass sie das Katapult erwähnen, na, wo du dann halt weißt, was die dann letzten Endes vorhaben mit, äh, Idolos, sie wollen es halt, wie halt auch, äh, da, ja auch im zweiten Teil, ähm, Jehuty war es, glaube, ja, Jehuty wollten sie, glaube ich, mit einem Katapult auf die Erde bringen oder, hey, wollen die irgendwie was machen? Ähm, sieh, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, das ist schon so lange her, dass ich den Zweier gespielt hab. Ich hab den Einser tatsächlich neulich erst nochmal gespielt, aber der Zweier ist schon etwas länger her. Auf jeden Fall weiß ich, dass da noch irgendwas mit dem Katapult war. Und es war so, so ganz nett, dass man es so nebenbei erfahren hat. Was ich halt auch super fand, das Ganze mal, ähm, aus der Sicht der Martianer zu sehen. Dann macht das Ganze nämlich in dem ersten Teil sogar Sinn, dieser Hass, dieser Wut auf die, auf die, auf diese ganzen Leute, sag ich mal, macht das alles Sinn irgendwie. Auf einmal macht's so, pling, ach so, ne? Und, ja, das ist halt, ja, das ist halt irgendwie großartig. Das, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ähm, auch allgemein, dass diese OVA komplett aus der Sicht von Baram stattfindet, ne? Und Baram ist ja gerade im ersten, aber vor allem im zweiten Teil noch mehr, ähm, der Antagonist schlechthin. Das ist ja diese böse Firma mit, ähm, ähm, wie hieß er da nochmal? Der Typ mit Anubis und so. Und, ähm, ja, Mensch, ähm, das Coolste eigentlich, was ich fand, ist, du hast ein bisschen was von der Vergangenheit von, äh, Dingens gesehen, von, ähm, ach, sag es mir, Viola. Ja, das fand ich cool, weil Viola fand ich damals richtig cool. Also, sie war zwar böse an sich, aber ich mochte sie unfassbar gerne. Ich hab sie richtig gefeiert. Im, im ersten Teil fand ich sie richtig cool, in dem zweiten Teil war es einfach nur böse, was da passiert ist. Also, da will ich nichts sagen, aber, nichts zu sagen, aber, das war einfach so, ja, das war einfach cool. Das war einfach cool, was über die Vergangenheit von Viola zu sehen. Und, ähm, sie hat ja sich in Radium verliebt, ne? Und das Ganze, was da quasi auf, was man so mitgekriegt hat, die Beziehung zu Radium, die Vergangenheit und so weiter und so fort, das alles wurde ja, hat sie ja mehr oder minder in ein, zwei Sätzen am Ende der, ähm, des ersten Teiles erwähnt, ne? Ich, hat sie sogar Radium erwähnt, den Namen an sich? Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall hat sie halt sowas von erwähnt, dass sie jemanden geliebt hat und so weiter und so fort und der nicht mehr da ist und, und das ist halt Radium gewesen. Und das war einfach cool, das zu sehen. Das war einfach, das ist Fan-Pleasing, perfektes Fan-Pleasing. Das ist einfach, genau so liebe ich das. Nicht irgendwie irgendwas aus dem Hintern ziehen oder so und einfach quasi irgendwelche Fragen unbeantwortet lassen, sondern einfach ein Prequel machen, wo tatsächlich Fragen beantwortet und man Bock drauf hat, einfach zu wissen. Und das ist richtig cool geworden. Also, wie gesagt, Viola war eigentlich ehrlich gesagt so echt mein Highlight in diesem ganzen Film, was wahrscheinlich den Film für mich auch nochmal unfassbar aufgewertet hat. Sie hat jetzt nicht so viel, super viel Screentime gehabt und es ging dann doch eher um Eidolo und Radium, aber trotzdem fand ich einfach es cool, Viola zu sehen, Viola zu hören und das war einfach, ach, das hat mich einfach ein bisschen Gänsehaut gebracht und wie gesagt, die ganze Geschichte quasi aus Baram zu sehen, aus der Sicht von Baram, war einfach interessant, weil das war einfach im Grunde nichts anderes. Das hat auch gezeigt, dass es dieses Schwarz-Weiß-Denken so nicht gibt, weil es war halt einfach nur eine ganz normale Armee, eine ganz normale Wissenschaftler. Es waren Leute wie du und ich, die waren alle ganz okay und sogar teilweise sympathisch und eigentlich waren die Erdlinge, die Wichser dort, aber es ist halt irgendwie, so schnell kann es sich umdrehen und auf einmal der, der gehasst wird, wird auf einmal der, der hasst. Und es ist einfach richtig gut eigentlich gemacht, in so kurzer Zeit so schön was zu erzählen. Kompakt, schön gehalten, ich war zufrieden. Wer Bock drauf hat, soll es sich auf jeden Fall geben. Wer Son of the Enders Fan ist, sollte es sich sowieso geben, meiner Meinung nach. Da kommt man gar nicht drum rum. So, irgendwann in Zukunft werde ich mir wahrscheinlich auch noch die, werde ich mir auch noch die Serie anschauen, aber vorerst warte ich da erstmal drauf, bis ich die Serie bekomme. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen, angenehmen Aufenthalt in der Mesa Manga für die Leute, die noch ein bisschen länger zugehört haben. Ich bedanke mich und verabschiede mich. Ich bin euer René von der Mesa Manga. Ich sage wieder einmal, Tau. Bye, bye. 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 Bye, bye.